Go Buster! Was ist denn das? Auf dieser Seite des Hütters befindet sich ein Hasenbau. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Da kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Oh, seht mal! Terry Traktor macht ein Schläfchen. Wow! Buster, der Osterhase, hat Terry ein buntes Osterei geschenkt. Und weiter geht's, um noch mehr Osterfreude zu verbreiten. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Hierher, Busterhäschen! Robin schläft tief und fest. Es ist an der Zeit, noch ein Osterei zu verschenken. Dieses ist für Robin, wenn sie wieder aufwacht. Und weiter geht's einen anderen Tunnel entlang. Wer ist denn das? Es ist Jessie Cheap. Ach, sie schläft. Buster, der Osterhase, schenkt auch ihr ein Ei, das sie beim Aufwachen finden wird. Buster, der Osterhase, hat ja so viel zu tun. All diese Eier verzeihen sich nicht von selbst. Ich frage mich, für wen Busterhäschen wohl noch Eier hat. Da ist Digger, der Bagger. Sei leise, Buster, und versuch ihn nicht aufzuwecken. Haha, da ist ja ein Ei in Diggers Schaufel. Gute Idee, Busterhäschen. Oh weh, ich glaube, Buster, der Osterhase, ist ein wenig müde. Aufwachen, Buster. Oh, Busterhäschen, das war alles nur ein Traum. Wie schade, dass all die Eier nicht echt waren. Aber was ist denn das? Es ist ein Osterei. Oh toll, der echte Osterhase hat ein Ei für Buster dagelassen. Was hat der klingelnd Bus nur für ein Glück? Hahaha. Ha ha!